Mal wieder einen ganzen Tag am Schreibtisch verbracht oder seid ihr immer noch mittendrin? Jetzt wäre doch sicher ein bisschen Bewegung richtig schön. Aber dafür jetzt intensiv trainieren und schwitzen und dafür ins Studio zu gehen oder in den Verein, das geht meistens nicht. Und genau deswegen zeige ich euch ein kurzes knackiges Programm, wie ihr euer Herz-Kreislauf-System aktiviert, die Gelenke mobilisiert und die Muskeln kräftigt. Viel Spaß beim Nicht-Schwitzen und so kann man dem Körper in allen Situationen etwas Gutes tun. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.